Die Bankkunden Sie können uns bereits im Voraus entschuldigen für das, was Sie dort finden werden. In der Vergangenheit und in der Gegenwart sind die Absichten federgrößer Banken indirekt oder direkt gegen die Menschen gerichtet und werden zu großem Unheil führen, wenn sie nicht rechtzeitig erkannt und abgewendet werden. Bitte informieren Sie sich. Es geht uns alle an. Es geht um jeden Menschen, der mit Geld in Berührung kommt. Vergangen Sie keine Zeit damit, sich zu fragen, ob dieses Video echt sein könnte. Wenn Sie daran zweifeln, dann informieren Sie sich bitte selbst einfach über das Gesagte. Es gab bereits einen ähnlichen privaten Aufruf einiger Polizisten. Wir sind nicht alleine. Wir sind sehr viele. Und wir sehen im Internet die Chance, das Blatt im letzten Moment zu wenden. Das Video von der Polizei wurde leider wegen Urheberrechtsverletzungen gelöscht. Für den Fall, dass so etwas auch hiermit geschehen sollte, bitten wir Sie darum, dieses Video so weit wie möglich zu verschicken und gerne auch unter einem anderen Namen wieder hochzuladen. Und noch eine dringende Bitte an Sie. Gehen Sie zu Ihrer Bank und lassen Sie sich das Geld von Ihrem Konto auszahlen. Jetzt sofort. In Kürze wird es diese Möglichkeit nicht mehr geben. Es gibt Banken, die bereits nach ethischen Gesichtspunkten handeln. Sollten Sie unbedingt ein Konto brauchen, dann empfehlen wir Ihnen diese. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis gleich in Ihrer Bank. Bis gleich in Ihrer Bank.